Das bin ich, Millie. Dein Kleid. Ich glaub, das gab's bei Discomponenza. Ganz ehrlich, wenn das ein Horrorfilm wär, ich wär eine der ersten, die draufgeht. Nein! Aber stattdessen bin ich im Körper des Killers aufgewacht. Ich bin's, Millie. Beweis es. Die Bieber hacken euch kurz und klein. Der Sieg wird nämlich unser sein. Und dieser Psycho steckt in meinem Körper. Wer weiß, wie viele Leute er umbringen wird. Ich will meinen Körper wieder haben. Komm und hol ihn dir. Freaky, oder? Freaky, oder?